Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero. Mal schauen, wo es hier jetzt noch so hingeht. Jetzt müssen wir halt los. Der hat jetzt gesehen, hat er. Der hat jetzt gesehen. Das hier habe ich alles gelootet, oder? Das kommt mir hier so bekannt vor. Warum sind die jetzt hier drinnen? Ja, das habe ich gelootet. Hier waren sie mich vorher nicht. Der Anfang. Und ich musste nicht mal gegen das Riesenteil da kämpfen. Was ja schon fast ein bisschen traurig ist. Unentdeckter Unterschlupf. Da würde ich gerne hin. Also komm, man kann nichts sagen. Mit einem Basie einfach, ne? Ab und zu mal eine Kugel, klar. Aber hauptsächlich alles mit Basie gemacht und die ganze Armee hat es nicht geschafft. Das ist schon ein bisschen... Naja. Jede Armee braucht einen Baseballschläger. Cool. Das ist nicht der, den ich da höre, oder? Ach, das muss der sein, gegen den wir nicht gekämpft haben. Der müsse er sein, ne? Ja. Ich würde ja trotzdem noch gern gegen den kämpfen. Wenn es an mir ginge, würde ich gegen alles kämpfen. Aber manchmal muss leider die Vernunft ziehen. Ja. 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 Schlechtchen noch? Ja. Ich glaube, das da ist sowieso, ja, ist schon ein bisschen größer. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen was zusammen. Ja. Pläne. Oh. Ich habe Pläne. Leuchtet wieder was rot, was wieder auf so einen Außenposten von denen, äh, schließen lässt. Ja. 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 Verdammt Wenn es immer so Kleinigkeiten sind, ist das schrecklich Vielleicht müssen wir erstmal das Gebäude suchen Komm suchen wir erstmal den Unterschlupf Den Unterschlüpfer Das sah gar nicht so riesig aus Boah, Alter So 9mm Das schießt auch unsere HP, ne, dann brauchen wir die ja gar nicht 44 ACP Die behalten wir dann nämlich erstmal Mäuserjagdgewehr Moment, kann ich irgendwas recyceln? Scheinbar nicht Mäuserjagdgewehr Mäuserjagdgewehr Ja, das sollte das erstmal reichen Na Ja Klar, warum pack ich die auch weg? Hier können wir uns ruhig mal ein bisschen Zeit nehmen, dann machen wir jetzt eine schöne Looting Folge Und gucken uns mal das ganze Dorf schön an und looten ein bisschen Ah ok Kämpfen werden wir wollen, so wie es klingt Das ist ja was kurses Ist das der? Mit dem würde ich es aufnehmen wollen. Immer mit der Ruhe. Ja gut, dann. Okay. 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 Kann doch nicht sein, dass das Spenden schon wieder deaktiviert ist. Ich werde ständig überladen. Okay. 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 wer suchet der findet ja die Volkes Weisheit achso da muss hier die Papi sein Hahahaha Das ist mal wirklich ein schönes Häuschen Die meisten sind leider so generisch Aber hier, auch mit dieser Holztreppe Sehr schön Heavy Flash Ehh, wo waren jetzt... Hä? Warte Tja, wir könnten eigentlich auch noch da hingehen ne Ah, das ist der Leuchtturm Warum macht der Leuchtturm eigentlich noch leuchten? Oh man Wenn ich nah genug komme, wäre das vielleicht ganz cool Oh man Oh man Oh man Was ist das? Ah, der hat irgend so ne... Spezial Munition Oh verdammt, ich glaube ich habe mich doch ein bisschen über... Nommen Ich sehe mich gerade überall die roten Lichter Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Oh, wasson? Okay, ich dachte, das wäre ein ganz schneller Sieg, weil die da alle beisammen standen, aber das war es nicht. Ich dachte so, ja gut, EMP, Granate und dann hätte man es geschafft. Gut, das wurde jetzt wieder markiert, aber es bringt mir halt nichts. Gut, das war's. 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 Das war's.